Keinem anderen Thema kann man so einfach Angst erzeugen und Wähler an sich binden. Und sie wollen, dass wir so oft darüber sprechen, wie es nur geht. Denn wann immer es Thema ist, hat die AfD ein Pferd im Rennen. So, und jetzt halten wir mal an hier. Habt ihr gemerkt, was hier gespielt wird? In Schnellroda, da knallen die Sektkurken darüber, wie ganz Deutschland diesen hanebüchenden Schwachsinn diskutiert, den Korrektiv da belauscht hat. Ohne Sinn und Verstand und mit Hass hat sich die Medienlandschaft und die User darauf gestürzt und die Schlagworte und Themen genauso verbreitet, wie es auch der AfD nur gefallen konnte.